einen schönen guten tag meine lieben freundinnen und freunde herzlich willkommen zurück bei far cry 3 und wir sind gerade mit dem boot unterwegs ich habe mir gedacht ich steige einfach mal so ins spielgeschehen ein jetzt müssen wir anscheinend hier ich mag ihn gar nicht zum scheiß ich kann die gar nicht erschießen Arschloch hey Backe die Backpack hey wie läuft's so was soll denn das wenn du wusstest wo ich hin muss warum hast du nichts gesagt Jason Jason nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd ich spiele dein scheiß Spiel nicht ich bin nur Zuschauer hier aber ich erwarte eine gute Show geh mir aus dem Weg zuerst eine kleine Geschichtslektion klar kann ich anfangen dann hör mir gut zu also betrachte diesmal als monumentale verkörperung der ironie die scheiß Japse ja die hatten diese Spezialeinheit für du weißt schon die Suche nach Schätzen und Reichtümern aber die Wichser merkten nicht dass sie genau über dem scheiß Dreck bauten den sie suchten na los frag schon wonach haben sie gesucht Backe nein dafür sollte ich dich prügeln ganz ehrlich aber weißt du was dann wird Keith geprügelt sie suchten die Ciao Fucking Gang das Flaggschiff das diesen berühmten chinesischen General gehörte aber das scheiß Ding es ist einfach verschwunden mit allen Reichtümern an Bord und mit jawohl meinem scheiß Deutsch das war's pass auf dich auf ja Geschichtsstunde beendet boah ich hasse diesen Typen ich werde den Hurenzorn umbringen ja gute Idee machen wir alles klar dann gehen wir doch mal rein so und ich muss ihm die Katze vom Schoß nehmen weil ich sonst ein bisschen verdreht sitze und das ist nicht gut oh hier laufen Ratten rum so eben so ein bisschen Mikro hindrehen oh alles klar wenn ich jetzt Kanji könnte dann äh könnte ich euch sagen was da steht ja wo hier ist eine Schlange oh voll getroffen geil wir haben sich hier ausgetrobt ja auf jeden Fall ok die Dinger kann ich nicht nehmen jups wo ist die Schlange ich fauch die rum aber ich seh sie nicht hä da hinten stop jetzt geht's hier besser Schlange ja geil wo ist die Vieh da ok die Schlange hat's jetzt hinter sich die schläft jetzt nur die schläft so äh ok gibt's hier unten noch was zu entdecken anscheinend oh mollis geld ich sie entschuldigt bitte aber ich mag keine Ratten weiß ich mich hat damals mal eine gebissen ups war mal ein Pfarrer auf dem Hof ich mein das ist nicht ungewöhnlich aber ich mag die Viecher trotzdem nicht und tschüss oh noch mehr Geld 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 ok zieh checkpoint erreiche das U-Boot ah na toll äh haben wir was im Inventar Herstellung Medizin Endorphinschub was nicht herstellbar ok blaues Blatt ok stimuliert äh halte ich vollständig und bietet viel zu sich Gesundheitsfelder diese Felder oh geil äh Forschung Jagd nee oh blaue ne Tiefseetaucher äh Mist hätte ich mir immer blaue äh Pflanzen geholt äh 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 da da muss ich durch so so gehen wir mal ein bisschen auf Entdeckungstour scheiße was Männer sind hier what ok scheiße ich kann die Knarge nicht raus holen das ist blöd gesundheit es ist echt gruselig höh mann ich kann das echt gar nicht ab du weißt wie die ganze einmal üble exküriere Menschen mit Kriegsgefangenen gemacht haben kannst du bitte die Fresse halten ich will das echt nicht hören weißt du was du bist ein Sack pff hat er gerade nochmal abgerübst ok ich meine der da oben der ist finde den Höhleneingang zieht er mich nein ok Sekunde ähm jetzt ein Checkpoint den möchte ich mir mal jetzt wegschnappen was hier habe ich den Skill tot von unten alles klar ich kann noch einen Punkt jup ach komm ach das können wir bestimmt gebrauchen oh scheiße was Männer sind hier das ist echt gruselig hier mann ich ich kann das echt gar nicht ab guck guck geil nein okay den habe ich gesucht der ist nämlich schön weise nein ob ich den von da oben runterkriege äh okay erwischt und tschu bist sonst nicht jemand ok gib mal ja so schön Pfeile abgeknapst wieder ein bisschen Zeugs tada tada so finde den Höhleneingang ich meine ich könnte jetzt noch darüber hüppen und den Typen da plündern aber egal ist doch egal so oh das klingt wahrscheinlich als Latrine auch Scheißhaus genannt pflocken okay oh schön wieder Fall so in der Luft okay gibt es hier noch irgendwas zu entdecken oh Geld 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 ich meine das ist ein verdammt großes U-Boot mit einem Loch drin ob man da wohl rein kann ne ich glaube ich jetzt erstmal nicht herausfinden ich glaube auch aber auch da wird nichts großartig drin sein oder ja komm hoch oh außer ein paar Kisten Geld aber Geld ist das was eigentlich am das was wir am schnellsten eigentlich haben können wir da noch hoch nö gut also an Kohle und Waffen mangelt ist hier eigentlich nicht das ist glaube ich das was hier was es hier am meisten gibt Kohle Walla Männer so okay oh hier ist auch noch Geld 16.000 äh 1600 Geld okay dann los okay ich mach mal die Maus ein bisschen wow ein bisschen langsamer damit ich besser zielen kann ist ja noch was drauf damit die Maus ein bisschen ruhiger ist die Hand BW Geld I like money sagen wir es hier einer die suchen also nach einem japanischen Messer man merkt ihr es mal ein Chines verdolcht du Affenirn nach mal halb lang ich bin kein verdammter Archeologe ah scheiße das brennt wie Sau beim Pissen warum fick ich auch ohne Dombi die wissen doch gar nicht wo ich bin oh Kopfschuss cool ey was soll denn das scheiße Box Au so einmal Heilung rein Kopfschuss na komm geh ins Geschütz mit down dann bin ich gut so Pfeil abnehmen Pfeil abnehmen Pfeil abnehmen ich habe doch gerade noch was ah hier ist das oh wow Jungs ihr seid richtig gut ganz ehrlich so zerbrochener Kompass sehr schön so Äffchen oh ähm ein Makaken da kommt nur ganz normales Leder raus okay Entschuldigung kleines Äffchen aber das ist typisch Far Cry auf alles schießen was sie bewegt boah hat mich das Vieh erschrocken ok irgendwas war da drin oh hi Kumpel ein Krokodil so einmal durchtauchen das war auch weiter knapp na gut dass das Fadenkreuz rot gegangen ist oder rot geworden und ich frage mich gerade ok da gibt es ein Loch aber wie ist der Affe da reingekommen egal so gibt es hier noch was zu entdecken denk an Indy das Siegel kann ich sicher drücken denk an Indy hat funktioniert ok mit Fledermäusen drin und pass auf gleich geht das wieder hoch ok ich hoffe hier ist keine Kokotasche nee gut oh Gott oh Gott Luft oh Gott Gucken wir uns hier mal ein bisschen um lustig Plünder nicht möglich hochsack voll gut wir haben den voll gekriegt gut achso hier waren wir und hier kommen wir alles klar Entschuldigung da waren wir da ist versperrt so wie es aussieht hier ist eh nichts ok dann gehen wir da ein flups ich nehme lieber mal die kleine so Borte ist ja voll oh Äffchen Entschuldigung Jui okay Karma ich muss bestimmt auf den Vorsprung einfach ja saß du klong klong komm schon ach man dann nehmen wir mal die andere Tür weil wer hat sich das bitte ausgedacht ich frage mich die Stange sieht verrottet aus ach was oh tschüss tschüss oh cool die Holzer schwimmen auch richtig geil so einmal durch schwimmen so einmal durchswimmen ja ja